Halli, hallo, hallöle, da sind wir wieder bei Ghost Recon White Lens Und hier streiten sich Rebellen Und die sollen mal ruhig sein, weil ich mich eigentlich unterhalten will mit euch Ähm, ja, ich habe eine ganze Weile voraufgenommen gehabt Deswegen liegt eine relativ große Pause zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme Und das lag daran, dass ich den Test von Ghost Recon White Lens gemacht habe für MMUka Und ja, der war recht aufwendig und, ähm, damit bin ich zum Glück fertig Ich weiß nicht, ich bezweifle allerdings, dass er schon draußen ist, wenn ihr den Part hier seht Es könnte aber sein, dass er in den nächsten Tagen dann folgt oder vielleicht sogar schon draußen ist Äh, das werden wir im Laufe dieses Tages, oder ich diesen Tages, wenn ich es aufnehme, sehen Äh, was wir auf jeden Fall haben, ist jede Menge Fertigkeitspunkte Und die möchte ich mit euch zusammen verteilen Und zwar ist mir eingefallen, dass ein Granatwerfer doch recht nützlich ist Und zwar nicht für den Fall Klar, ich habe mich immer auf diese Stats-Variante probieren zu fokussieren Äh, wenn natürlich aber mal, äh, Panik ausbricht, ist das Ding eigentlich wunderbar Um mal eben so ein Auto wegzufetzen Wo ich öfter mal starke Probleme hatte Das nächste ran Achso, bringt nur mehr Granaten Aber wir brauchen 7000 Nahrung, die ich nicht habe Zieldauer Ach, volle Munition bei Neustart Nee, ist egal, irgendwas wollte ich noch Es gab Jetzt muss ich mich mal kurz Panzerung Nee, genau Wärmebildkamera hätte ich gerne Aber da haben wir Alter 4500 wollen die für den Shit haben Das wäre nämlich ziemlich cool Und das ist zum Beispiel jetzt Wenn so ein scheiß Stern da dran ist Muss ich das Ding finden Das nächste zumindest Dass wir den nächsten Rang irgendwann mal kriegen Reduzid cool dann um 8 Sekunden Den brauchen wir nämlich in ganz bestimmten Krachmacher brauchen wir nicht Können wir den noch machen? Ja, da haben wir noch genug von Machen wir nochmal Drohne ist eigentlich ganz gut EMP Wofür können wir das nutzen? Nagelähne, Elektronik Achso, die ganzen Lichter und den ganzen Scheiß Können wir den machen? Ja, dann machen wir doch mal Gerade gekaufte Drohne ausrüsten Ja, was denn sonst? Was macht denn Medizin eigentlich? Kameraden wieder zu überleben Ah ja gut, das macht allerdings glaube ich Ich denke mal nur Sinn, wenn Wir mit Freunden spielen Miene und Ablenkung brauche ich immer noch nicht Also weiß ich nicht, da bin ich irgendwie Kein Freund von Können wir alles nicht ausrüsten Das wäre noch machbar Ja, das kann man auch mal machen Trupp, haben wir da noch was? Ausgebildete Rebellen Truppwiderstand Haben wir noch gar keinen Punkt Das machen wir mal erstmal Und Ja gut Da haben wir nichts mehr Hier können wir noch Fernlassaufkleber brauche ich auch nicht Drohne, Tempo Ja, können wir auch nochmal machen Gut, hätten wir alles verteilt Beziehungsweise wollte ich nochmal gucken Haben wir nicht noch Irgendwelche neuen Knifften zufällig bekommen? M4A1 Tactical Wo ist da der Unterschied Wo ist da der Unterschied? Oh ne, warte mal Jetzt habe ich Mist gebaut Die ich behalten Ja, das ist diese Spezialarbeit Ich kann mir die ja dann Nach meinen eigenen Belieben ja dann ausrüsten Was ich auch gemacht habe Neue Teile Unterlauf Ja, jetzt müsste ich natürlich auch den Granatwerfer nehmen Ja, das machen wir doch einfach mal Weil wir es ja freigeschalten haben Und Gut, das kann denke ich mal erstmal so bleiben Gibt nur halbautomatisch Magazin wäre natürlich eine schöne Sache Müssten wir dann natürlich mal gucken Wo wir den Schmarrn finden So, wir wollen die Story-Mission weitermachen Und zwar El Emisario Und darum geht die Story-Mission weiter Und wir brauchen aber Ich will da nicht hinfahren Von daher Schnappen wir uns den Helikopter Der ich schon markiert habe Und da fällt mir gerade ein Haha Ich habe noch Deaktiviert Dass wir hier unsere Anzeigen haben Das war für den Ach, jetzt habe ich es abgelehnt Ach, Gottchen Das war für den Test nötig Da ich ein paar Aufnahmen brauchte Äh So die Grafik zu zeigen Und Pipapo Wie das alles aussieht Und da macht sich doch so So ein hartfreier Display wesentlich besser Ja und wenn der Test rausgekommen ist Und euch der gefällt Und Oder ihr denkt Dass da vielleicht manche Sachen Die ich so gesehen habe Nicht so sind Dann könnt ihr da natürlich Gerne mal drüber kommentieren Würde ich mich natürlich freuen Und ich persönlich probiere natürlich auch Wo ich kann Meine Vorgänge hier Zu optimieren Zu verbessern Da sind natürlich Gegner Äh, 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 äh Scharfschützen will ich nicht Oh, ist ein bisschen laut hier Muss ich mal ein bisschen leiser machen Sonst Überbrülle ich mich wieder selber Ach, gehen wir einfach hier rum Würde ich sagen Ist hier einer Dann schalten wir den aus Nö Und los Unnötige Opfer müssen doch nicht sein Ach entdeckt Ehe die mich entdecken Will ich weg Noch wieder schnell weg Weg sind wir Ja eine Sache kann ich natürlich schon mal verraten Mein größter Kritikpunkt war natürlich die Steuerung Aber wer soll es mir auch verübeln Äh, sind das zwei Missionen eigentlich? Ach ne, zerstören sie die Gut, bisschen wildes ausspielen Kein Problem Kriegen wir hin Ne, wie gesagt Gerade beim Heli und bei den Panzern Habt das ja gesehen Dass das da viele Sachen einfach gar keinen Sinn machen Warum die so sind, wie sie sind Ich sag mal, beim Heli kann ich noch mit leben Aber alles Wenn ich damit irgendwie kämpfen muss Oder irgendein Scheiß Dann kommt man damit halt überhaupt nicht klar Also Mit den Raketen Es ist alles Glück damit irgendwie zu treffen Bleibe doch ruhig Ich gucke das mir doch gleich alle selber an Ist das hier keiner? Ist das ein Angestellter hier oder was? Ein Zivilist anscheinend Ah ja, okay Oh, hier ist er Ach, gucke mal an Hier müsste noch einer sein Da ist er So, hier muss noch einer sein Da ist er Da hinten muss noch einer sein Where are you? Da ist er Da muss noch irgendwer Da muss noch einer sein Na Lasse dich blicken Ich werde dich später auch irgendwann Erkennen Der ist da hinten in der Garantiert in der Garage drin Da ist er Ha So Wo geht's weiter? Da Eins, zwei, drei Mensch, ich bin Nomad Ich bin froh, dass du zählen kannst Was würde ich nur ohne dich tun? Wenn du nicht zählen könntest Das sind auch alle Zivilisten Anscheinend Es sind 15 Es sind 15 Da ist noch einer Das ist die Fabric Gut, aber ich würde sagen Wir nähren uns erstmal an Damit wir hier auch mal Was erzielen Achso, warte mal Ihr könntet natürlich schon mal Falls ihr die trefft Warum das markieren manchmal nicht klappt Verstehe ich auch nicht Ach ja, was ich übrigens auch endlich mal Wir sehen habe Ist doch egal, er ist tot Dass wir mit der Drohne ja auch markieren können Wen wir wie wo abschießen Ich habe ein bisschen Angst hier über diese Mauer zu klettern Wieso, ehrlich gesagt Gar nicht, ob das hier funktioniert Warte mal, erstmal muss ich nochmal gucken Wie der hier hinter der Mauer steht Steht natürlich direkt hier Ist natürlich ungünstig Unpraktisch Könnte man auch sagen Wir gucken aber vorne lieber doch rumgehen Der Haupteingang ist dann vielleicht doch die bessere Geschichte Guck mal, ihr könnt euch für den hier mal nehmen Ihr könnt auch den hier nehmen Wenn ihr den habt Dann schnipse ich den Typen hier aus Der hier an der Hecke steht Habt er ja Weiter geht's Achso, auf Zivilisten achten Ich dachte, ich sollte die erschießen Umpa, umpa Bueno Was bueno Gibt's die hier? Produziert die Buenos? Lecker Buenos Vielleicht haben die hier eine Bueno-Fabrik Wo sie Kokain drin verstecken Deswegen sind die so verdammt gut Hmm, bueno Kokaina Vielleicht haben die auch eine passende Werbung dafür Ja, ja Bleibe doch mal ruhig Ihr seid viel zu aufgeregt Ja Na, ma Oh, das ist ein Zivilist Bitte verrate mich nicht Es sind echt viele scheiß Leute hier Hey, wir haben einen Narco mit MP Im Labor Da vorne Ich switch mal hier die Seiten Narco Du musst doch nicht um deine Mutti weinen Ich muss, glaube ich, das Ding hier beenden Oh, oh Yo, zwei Kartellschützen Im Labor Da vorne Ich sehe einen Haufen Sicarius Das war knapp Das war knapp Das war knapp Das war echt knapp Na, komm raus Haben die jetzt Alarm geschlagen? Ich hoffe nicht Irgendwas hat doch gerade getutet Ja, zum Glück sind das alles noch Zum Glück sind das alles noch so eine scheiß Narcos Die mit hier zwei, drei Schüssen tot sind Und keine Fuck Noch hat mich keiner gesehen Jetzt stand ich zu nah dran What the fuck Wo kommen die denn alle her? Aber ich glaube, die konnten keinen Alarm schlagen Weil ich die noch rechtzeitig kaputt gemacht habe Ja, komm Ihr werdet doch mal hier mal so ein paar Narcos töten können Anstatt die zu töten Nein Belebt mich doch erst mal wieder Genau Scheiße, doch Alarm Mambo Mambo Ach ja, jetzt kommt es auf jeden Fall um die Ecke oder was Wer schießt denn jetzt wieder? Ich spiele auf normal Das ist manchmal echt heftig, ne? Wie kriege ich denn den Granatwerfer eigentlich? Das würde mich mal interessieren Oh ne, ich war Granate Jetzt könnten wir ja mal ausprobieren, wie sich hier die Granaten, äh, die Granatwerfer machen Allerdings müsste ich erstmal rausfinden Wie war'n das? Äh Das war hinlegen Das ist Schlagen Hier, das ist Granate Ja Mensch C4 Splittergranate Keine Ahnung Wie, 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 was? Jetzt muss ich erstmal Jetzt, jetzt muss ich nochmal Jetzt, jetzt, jetzt Das habe ich jetzt nicht verstanden Steht das hier, wie ich den Granatwerfer benutze? Ja, ja, ja Beim Zieren umschaltbar Gewicht unter Umschaltbar Beim Zieren Oh, jetzt hätte ich den Scheidernfahrfel gemacht Nur die Schulter Einfacher Granatwerfer V Ah, ja, okay What the fuck? Ja, super Aktion, Steffen Besser konnte man's nicht machen Ne, krass Cooles, cooles Ding Ach, ja Übrigens, falls ihr euch gefragt habt Warum, äh, einige Aufnahmen von mir Nicht ganz so flüssig waren Das lag daran Das lag daran Dass ich, ähm, mit dem alten Codec Aufgenommen habe Und der Komischerweise Ähm, ja Ruckler verursacht Der alte Codec Der verursacht Ruckler Weil die Festplatte Bei den Daten Mit dem komprimierten Daten Nicht so schnell schreiben kann Und dann Zu Datenabbrüchen Quasi kommt Jetzt muss ich wieder umschalten Wer sieht hier uns Sie sieht uns Keine Sau Sieht uns hier Quatsch doch nicht Dusselig In ein paar Sekunden sind die bei uns Was machen wir Na, schießen Ja, ich seh Ich mach das schon wieder Sehr sicher hier Wo, 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 wo Ach man, hör doch auf Wo hier sind Büsche Verdammte Scheiße, ey Verarscht mich doch nicht Die sehen mich durch Die Büsche durch, ne Das ist natürlich scheiße Weil ich dann nicht Auf irgendwelche Leute Zielen kann Ich hab's auch wieder Sehr amateurhaft Angefangen Wäre auch einfach mal Simpel gewesen hier Die drei Alarmdinger auszumachen Hinter uns Ah ja Soviel zum Thema Granatwerfer sinnlos Oh, jetzt hab ich Sprechen gedrückt Und wo schießen sie denn Ja, ihr könnt übrigens Feuer an der Öffnen Das erlaube ich euch Wenn das die Schlingste Macht hat Hier ist doch immer noch einer Wie könnt ihr denn An dem vorbeilaufen Frag ich mich So, hat sich das jetzt erledigt Oder was Ich darf jetzt natürlich Nicht nochmal sterben Das wäre unpraktisch Achso, jetzt hätte ich Äh, naja gut Ich höre einen Heli Ich hoffe, der hört nicht zu uns Wo denn jetzt Jetzt machen meine Leute Aber Rabatz, ne Ja, sollen sie ruhig mal machen Die können sich auch mal Ein bisschen betätigen Wisst ihr Ich mach hier den ganzen Tag Bin ich für euch nur Am machen und tun Und was kriege ich zurück Einen Scheiß kriege ich zurück So, wo sind jetzt hier Die Pakete, die ich mitnehmen will Hallo Die alle oben Das wäre mal schön Noch gewesen Zu gucken, dass das irgendwie Oben ist Unten ist Du kriegst keine Etage Angezeigt Zu dem Scheiß hier So, ist der Piss jetzt Auch hier oben? Nö, natürlich nicht Natürlich ist es nicht hier oben Wo auch immer Kommen die Rebellen jetzt Eigentlich her? Frag ich mich gerade mal Achso, weil das andere ist Im Nachbarhaus Sehe ich gerade Dann kann das natürlich Nicht hier sein Wenn das nicht hier ist Dann kann das nicht da sein, ne Ach, seht ihr Da kommt Ich bin wieder so typisch Muss erstmal wieder Ins Ins Game kommen, ne Da hat man einmal Ein paar Tage Nicht gespielt Und schon So, Munition nehmen wir uns Lieber auch nochmal mit Die könnte ja auch Wieder mal knapp werden Wartet Waffenkiste entdeckt Oh, Waffenkiste? Hm Oh, ja Na, was haben wir Schönes Geil 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 Wie er das sagt So Macht euch bereit Wir müssen da rein Und ihre Mischbottiche Und Öfen sprengen Mischbottiche Das ist auch ein schönes Wort Mischbottiche Mischbottiche Oh, shit Wer kommt hier wo? Zivilist? Wer kommt hier wo? Hä, wo sind die denn? Aha Ist noch hier irgendwo einer? Oben auf dem Dach Oder was? Ist die noch oben anscheinend, ja? Da oben Der hat das nicht gecheckt Oder was? So ein Blödsinn Aber auch So, und da oben Muss noch einer sein Da ist er So, das war's Ihr säubert So, wie mach ich jetzt Die Mischbottiche hier? Was? Zerstören sie alle Öfen Und Mischbottiche Kriege ich das Ding jetzt zerschöppert Wenn ich auf den Tank geschieße? Der anscheinend, okay Und zufällig steht auch An jedem so Mischbottich So ein Ding, oder was? Ne, leider nicht Gucken wir mal Ob wir die hier so kaputt kriegen Ah ja Gut Und die zwei Dinge auch noch Dann sollte eine Granate hier rein reichen Dann haben wir sie Was, oder was? El Emisario zieht besser den Kopf aus dem Arsch Sonst hat er bald kein Geschäft mehr Das er führen kann Das ist der Plan Nomad, hier ist Bakatari Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt Setzt El Emisario ziemlich zu Er fürstet El Jajos Reaktion Wenn er herausfindet Wie viel Produktionskapazität sie eingebüscht haben Klingt gut soweit Um das Wettzumachen Hat El Emisario befohlen Eine Klinik in Okoro zu übernehmen Und ein Kokain-Labor daraus zu machen Dreckskerl Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten Verstanden Sag deinen Leuten wir kommen So wir müssen ein Krankenhaus verteidigen Hier ist aber noch so ein Ausrufezeichen Das würde ich gerne mitnehmen Die Frage ist wie kommen wir hier nach oben Vielleicht mit einer Treppe Könnte sein Bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher Dann müssen wir wahrscheinlich in das kleine Wärterbüro Ohne Waffe in der Tür Klinke klemmen So wir wollen natürlich Waffenkisten haben Der Rest ist uns erstmal egal Schwuppidiwupp Haben wir hier alle Die Daten nehmen wir natürlich auch noch mit Waffen- und Zubehörposition Taktik-Karte öffnen Was haben wir da jetzt gekriegt Die haben wir ja Einkaufsliste Sulfonic Acid Also Salpetersäure Sulfa ist doch Schwefelsäure So rum wahrscheinlich Ammoniak oder Ammonium Hydrochloridsäure Hydrochloridsäure Also Salzwassersäure Salzsäure ist es denn wahrscheinlich Äh Detüäter Und was ist das? Kann ich gar nicht lesen Alktone Was? Keine Ahnung Kann ich nicht Könnte ich nicht lesen Mach ich auch nicht Komm hier runter springen Ich habe kein Ziel Nomad ist ja auch Freischaffender Parkourmeister Hier ist alles sauber Ja das soll ja auch sauber sein Mensch ich habe wirklich Jetzt bin ich zur falschen Seite Rausgerannt Ich vollidiot Ich habe auch wirklich Nicht gedacht Dass der Granatwerfer Doch so wirkungsvoll ist Aber gut dass ich ihn jetzt Doch gekauft habe Und meinen Fehler Eingesehen habe Hier vorne war das So ein Kackhelie Gut aber ansonsten Jetzt gucken wir noch mal Ganz kurz wo wir als nächstes hin müssen Das Krankenhaus Wo ist das hier? Da unten ist das Krankenhaus Ja da werden wir uns Dann hinbewegen Beim nächsten Mal Und ja ich danke wie immer mal Fürs Zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Hola cabrones Estubidos Oh mierda Ihr könnt mich gar nicht verstehen Aber wenn ihr schon mal hier seid Könnt ihr abonnieren Oder bei Facebook vorbeigucken So wie ich hier meine kleine Mac angucke Und ansonsten sehen wir uns eventuell Beim nächsten Mal wieder Also schaltet wieder rein Adios Und wir sehen uns beim nächsten Mal Und wir sehen uns beim nächsten Mal